Felgerrei! 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 Dann ist die 9. Armee verloren. Was soll das heißen? Sie können Felgerlein nicht finden. Ich bin ein Pärmaland! Wir können den Gruppenführer Felgerlein nirgendwo finden. Sie können Felgerlein nicht finden. Jetzt suchen Sie ihn! Ich will Felgerlein sehen! Wir können den Gruppenführer Felgerlein nirgendwo finden. Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Raum, Keitel, Jodl, Krebs und Butter. Auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen. Die 9. Armee muss zurückgenommen werden. Sonst wird sie eingekesselt und aufgerieben. Wir müssen sofort... Die 9. Armee wird nicht zurückgenommen. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßene Sowjetverbände in einem rücksichtsloser, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Allein in Berlin lässt sich ein moralischer Welterfolg erzielen. Wenn dem Führer der Tod bestimmt sein sollte, muss er das Ende in den Trümmern der Hauptstadt suchen. Nichts anderes ist er der Treue zu seiner weltgeschichtlichen Aufgabe und seinem historischen Rang schuldig. Ah, Monke. Ich geh nirgendwo mehr hin. Sagt von Herrn Ilse, die Kinder sollen nicht zu... Er hat's doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen. Das waren exakt seine Worte. Nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Was ist los? Gruppenführer, Sie stehen unter Arrest. Wink soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Wie bitte? Dann hindern, selbstständig zu denken? Was? Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Verbände in einem rücksichtsloser, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Tun Sie, was Sie wollen. Das waren exakt seine Worte. Nein, nein, nein. Wie bitte? Rächt dich, und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Aber bitte mir diesen Ton. Hey, fehlgeleit!